Erstmal danke an unsere Zuschauer, die heute da waren im Ostwärtsspiel und Urkürze. Wir haben heute, das was wir unter der Woche, besser gesagt am Freitag trainiert haben, gefruchtet. Und das hat auch das Ergebnis gespiegelt. Deswegen will ich mal nochmal jetzt hören, wer lauter ist, ich oder ihr alle zusammen. Der Flick ist der lauteste Jungs, der Flick ist der lauteste. هم Elveste! 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 是 Ja Thanks Hi Ich bin echt gut, ich bin echt gut. 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 Gutes Spiel. Du musst so machen, so. Aber ich bin nicht mehr in unserer Mannschaft. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht.